Heilungsweg, Schritt 1, Früchte. Früchte sind der fundamentale Schritt, der Grundbaustein für dein Wohlbefinden. Sie sind absolut entscheidend für deine Gesundheit. Obst enthält die größte Menge an Antioxidantien von allen Lebensmitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und Antioxidantien sind es, die uns vor dem Sterben und Altern bewahren, was ja genau das ist, was alle wollen. Sie wollen die Uhr des Alterungsprozesses aufhalten. Und doch wird das wichtigste Lebensmittel, das ihnen dabei helfen könnte, derzeit als zu zuckerhaltig und daher ungesund verschrien. Dabei könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wenn du kein Obst isst, weil du etwas gehört oder gelesen hast, dann hast du die falschen Informationen und du leistest dir selbst einen sehr schlechten Dienst. Die Dinge, die du ohne Obst heilen kannst, sind begrenzt. Außerdem, wer will schon auf süße, saftige Früchte wie Mangos, Melonen, Orangen, Papayas und Pfirsiche verzichten. Wir sind dazu bestimmt, sie zu essen und all die Aromen und Nährstoffe zu genießen, die sie uns bieten. Lass uns also über die Nährstoffe sprechen, die sie tatsächlich haben. Sie enthalten etwas, das man Antioxidantien nennt. Du hast schon von Antioxidantien gehört. Antioxidantien sind ein Begriff für die Bekämpfung freier Radikale. Und freie Radikale sind Giftstoffe, die uns altern lassen. Ohne Antioxidantien oxidieren wir. Und oxidieren bedeutet, dass wir altern. Es ist also ziemlich einfach. Aber was würde passieren, wenn wir keine Antioxidantien in unserer Ernährung hätten? Wir würden nicht nur altern, wir würden auseinanderfallen. Bestimmte Körperteile würden nicht so gut funktionieren, wie sie es müssen. Arthritis würde sehr leicht entstehen, um nur ein Problem aufzuzählen. Das Herz hätte Schwierigkeiten gut zu funktionieren und die Leber würde sehr giftig werden. Die Antioxidantien in Obst reinigen die Leber täglich für dich. Menschen machen sich ja ständig Sorgen um ihre Leber. Jeden Tag hört man etwas darüber, eine Leberreinigung oder ein Nahrungsergänzungsmittel für die Leber. Ein Stück Obst reinigt die Leber besser als jedes Nahrungsergänzungsmittel. Aber trotzdem wird uns gesagt, dass wir Obst nicht essen sollen. Wenn man Obst meidet, dann sagt man damit im Grunde, nun, ich meide Antioxidantien. Das ist es, was ich tue. Ich mache die Oxidationsernährung, nicht die Antioxidationsernährung. Wenn dir das also jemand sagt, nein, 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 Obst hat zu viel Zucker, dann heißt das eigentlich, dass dieser jemand für eine Ernährung ist, die oxidiert und nicht das Gegenteil bewirkt. Seht, in 20, 30 oder 40 Jahren werden wir anfangen zu hören, dass es unentdeckte Antioxidantien in Obst gibt und Polyphenole und Antozyane und Antozyanoside, unterschiedliche Mengen davon und Coenzyme der Antioxidantien. Das wird im Moment noch nicht verstanden, aber Spirit weiß, was kommen wird. Wenn du also älter wirst und aufgrund von Fehlinformationen zu lange kein Obst mehr gegessen hast, wirst du irgendwann hören, dass es wichtiger ist denn je, Obst in deiner Ernährung zu haben. Weil die Wahrheit ans Licht kommen wird, über die Coenzym-Antioxidantien und die Co-Faktor-Antioxidantien, die sehr mächtig sind und uns vom Altern abhalten. Später einmal werden sie als Vitamine in Flaschen erhältlich sein und einige Menschen werden diese Vitamine kaufen. Aber wenn du jetzt Obst zu dir nimmst, ersparst du dir das Leid, später festzustellen, dass 20, 30 Jahre vergangen sind, in denen du aufgrund von Fehlinformationen kein Obst gegessen hast. Das wäre dann traurig. Wirklich entmutigend. Lass uns also darüber reden, welche Früchte am besten sind. Wilde Blaubeeren. Es gibt sie jetzt in fast allen Lebensmittelgeschäften in der Tiefkühlabteilung. Gefrorene wilde Blaubeeren. Das Tolle an diesen gefrorenen wilden Blaubeeren ist, dass sie heute das mächtigste Lebensmittel auf diesem Planeten sind, zur Wiederherstellung von Gesundheit. Wenn du also ein bisschen davon jeden Tag zu dir nehmen würdest, wäre das fantastisch. Du kannst einfach morgens einen Smoothie trinken. Wenn du Smoothies nicht magst, dann nimm vielleicht eine kleine Schale dieser gefrorenen wilden Blaubeeren, taue sie auf und iss sie während des Tages. Iss sie mit Haferflocken, wenn du ein großer Fan von Haferflocken bist. Aber in einen Smoothie kannst du Bananen und gefrorene wilde Blaubeeren geben und andere Zutaten, die du gerne hättest. Denn jeder hat andere Dinge, die er im Smoothie gern mag. Aber bau die wilden Heidelbeeren mit ein. Und dann, wenn du jemals in deinem Leben die Möglichkeit hast, wilde Beeren zu pflücken, einmal in deinem Leben, wenn du die Gelegenheit bekommst, egal ob wilde Brombeeren, wilde Himbeeren oder wilde schwarze Himbeeren, wenn du einmal in deinem Leben wilde Beeren pflücken kannst, wird das weitreichende Auswirkungen haben. Weißt du, Menschen, die heute über 90 Jahre alt sind und über 100, haben eine Lebensgeschichte, in der sie als Kinder Früchte gepflückt haben. Sie haben wilde Früchte gepflückt, sind auf Beerenjagd gegangen, pflückten Erdbeeren auf Erdbeerfeldern. Diese Antioxidantien können uns sehr weit bringen. Sie helfen dabei, unsere DNA neu zu verdrahten. Es gibt Nährstoffe in Früchten, die unsere DNA und RNA und alles andere in uns neu verkabeln. Es hilft bei der Blutbildung, reinigt unsere Leber und befreit unser Lymphsystem von Giftstoffen und freien Radikalen. Ältere Menschen, Menschen in ihren 90ern und 100ern, haben also eine Vergangenheit, in der sie solches Obst gegessen haben. Es ist wirklich wichtig, es zu sich zu nehmen. Baue es ein, wenn du kannst. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du das umsetzen kannst. Du kannst einen Snack zwischen den Mahlzeiten zu dir nehmen. Manche Menschen essen nicht gerne zwischendurch. Sie haben ein bestimmtes Glaubenssystem, eine andere Ernährungsweise und deshalb andere Essensgewohnheiten. Wichtig ist aber, dass man versucht, den Blutzucker stabil zu halten. Also ist es gut, zwischen den drei Mahlzeiten am Tag etwas zu essen und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das ist der Zeitpunkt, an dem du zum Beispiel einen Apfel essen könntest. Ein roter Apfel ist wunderbar für deine Gesundheit. Er reduziert Gehirnentzündung. Ja, wirklich. Und gerade heutzutage machen wir uns Sorgen um unser Gehirn. Dies ist also die Ära und die Zeit, in der wir uns mehr denn je um unsere Gehirne sorgen. Ironischerweise ist ein roter Apfel entzündungshemmend für das Gehirn. Für Menschen, die so viele verschiedene Symptome haben, wie Hirnnebel, Benommenheit, Schwindel, Gedächtnisverlust, Kopfschmerzen, Migräne, all diese verschiedenen Anzeichen einer leichten Gehirnentzündung. Ein roter Apfel kann unterstützen und helfen. Aber nur wenige Menschen essen sie, weil uns gesagt wird, dass sie schlecht sind und zu viel Zucker enthalten. Die Wahrheit ist, dass der Fruchtzucker eines Apfels nicht dasselbe ist wie anderer Zucker. Versuche das nicht zu verwechseln. Es gibt verschiedene Zuckerarten, so wie du ein anderer Mensch bist als jemand anders, die Planeten sind alle verschieden und so weiter. Mach dir also klar, ja, du kannst Obst einbauen und brauchst keine Angst davor zu haben. Es gibt Menschen, die sich Sorgen um eine Gewichtszunahme machen. Sie nehmen aber durch Obst nicht zu. Im Gegenteil sollten Menschen, die abnehmen wollen, Obst, Snacks in ihre Ernährung einbauen. Ja, auch am Nachmittag ist eine Orange. Auch am Abend kannst du eine Orange essen. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Also denk auch darüber nach und nimm einen Tag nach dem anderen. Ich bin hier, um dir Informationen zu geben, damit du nichts verpasst. Ich verstehe, wie schwierig es heutzutage da draußen ist. Informationen fliegen einfach überall herum. Und wem soll man glauben? Wem vertrauen? Ich möchte also sicherstellen, dass ich den Menschen Ergebnisse liefere. Davon gibt es schon viele. Damit du nicht zehn Jahre warten musst, nur weil du etwas nicht Hilfreiches versuchst, das gerade populär geworden ist. Hol dir die Informationen jetzt. Stell sicher, dass du mit der Heilung beginnst. Bau ein bisschen Obst in deine Ernährung ein. Und wenn du jemand bist, der mehr Obst mag, dann ist das sogar noch besser. Denn die Wahrheit ist, dass Millionen und Millionen von US-Amerikanern an Krankheiten leiden und sie essen nicht einmal viel Obst. Vielleicht einmal in der Woche eine Banane oder einen Apfel zwischendurch. Die Krankheiten können also wohl kaum vom Zucker in den Früchten gekommen sein. Also, bring Obst ins Spiel, hab keine Angst, mach einen Schritt nach dem anderen. Wenn du jemand bist, der Angst hat, dass Obst Candida-Befall verstärken wird, dann solltest du dir klar machen, dass der Zucker in Obst, die Fruktose, deinen Magen innerhalb von drei Minuten verlässt und niemals den Darmtrakt erreicht. Und auch diese Information, das ist etwas, das noch nicht bekannt ist. Das Arbeitsblatt zu diesem Schritt sowie auch den Gesamtkurs findet ihr auf unserer Webseite. Links dazu sind unter dem Video.